Das ist ein Massageroller, liebe Zuschauer, simpel wie einfach. Hier ganz einfach bewegliche, kleine, schöne Gumminoppen, kennt man eigentlich so von den Haarbürsten zum Beispiel, die natürlich hier dann sich so bewegen und der Bewegung und auch dem Körperteil anpassen, wo jetzt gerade massiert werden soll. Wie das Ganze in Aktion aussieht, schauen wir uns bei Diana an. Ist natürlich hier dank eines Teleskopgriffes jederzeit so hinausziehbar, dass man natürlich jetzt auch mal selbst schön die Beine oder die Füße massieren kann, dass man den Partner massieren kann, wenn man möchte, liebe Zuschauer, das entscheiden selbstverständlich Sie. Ganz, ganz hervorragend hier gemacht, da kommt man auch mal wieder in Ecken, wo man normalerweise sonst so nicht kommen wird und da kann man sich mal richtig schön entspannen, ohne sich dabei zu verrenken oder natürlich auch hier ganz einfach ohne Stress machen. Das ist immer eine tolle Fußreflex, so ein Massager, ist das was Feines. Oh, ist das toll, das Zweiherset. Sie bekommen zwei von diesen Rollern, zwei Stück für 4,66 Euro und die haben diesen tollen Teleskopgriff dran, also da kann man sich auch selber mal schön die Füße verwöhnen, den Rücken zum Beispiel, die Beine, die Oberschenkel. Oh, ist das toll. Das Zweiherset für Sie für 4,66 Euro. Da haben Sie quasi gleich zwei Geschenke für unter 5 Euro. So was dann auch mal schön eingepackt mit ein paar lieben Worten mit, ich wünsche dir ganz viel Entspannung und Gesundheit im neuen Jahr. Das ist ja das, was man immer wünscht, Gesundheit. Und so was dann damit zugepackt, das ist doch wirklich was ganz, ganz Feines hier. So ein bisschen Entspannung pur, um sich hier schön zu verwöhnen mit diesen tollen Massagerollern. Zwei Stück sind das im Set für 4,66 Euro. Die NX81, 87 und die 569, das ist hier Ihre Bestellnummer. Da können Sie direkt mehrere mit dazu bestellen, zu Ihrer normalen Bestellung oder auch jetzt anrufen und vielleicht gleich zwei oder drei von diesen tollen Zweihersets bestellen. Ja und liebe Zuschauer, das alles mit Teleskopgriff natürlich jederzeit auf die jeweilige Position bzw. Länge herausfahrbar. Und wir haben jetzt noch ein weiteres Massagegerät für Sie, liebe Zuschauer. Das zeigen wir Ihnen jetzt gleich. Auch hier die helfende Hand, die Hand Gottes quasi, die Ihnen jetzt gleich eingeblendet wird. Ich kann Ihnen wirklich nur beide empfehlen. Ein Vierasset für 4,66 Euro muss man sich einfach sichern, muss man jetzt gleich in die Leitung gehen und bestellen. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, die Massageroller will ich sowieso haben, weil ich kenne das auch. Mal so eine schöne Fußmassage, ohne sich selbst zu verrenken, ist was Feines. Aber ich hätte ganz gerne auch hier die Gottes Hand, die einem gerne auch mal so ein bisschen juckt und kratzt, wenn einem danach ist. Dann dürfen Sie natürlich jetzt auch zugreifen und das tut richtig gut. Das ist wirklich auch wieder ein Produkt. Wird uns im wahrsten Sinne des Wortes aus den Händen gerissen, weil wer kennt das nicht im Rückenbereich, dass man irgendwo juckt und man will kratzen. Aber man kommt gar nicht selbst dran. Ja, dann hier, liebe Zuschauer, auch einfach wieder den Teleskopgriff herausfahren und dann hier kratzen. Ist die süß? Das ist so eine kleine Knochenhand, die wir hier haben. Und diese kleine Knochenhand, die, ja, juckt sie zum Beispiel, kratzt sie oder verwöhnt sie auch sehr schön. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Also sehr, sehr schön, um natürlich auch im Rückenbereich sich vielleicht mal irgendwo zu jucken, zu kratzen oder auch unten an den Beinen, wenn man da nicht gleich drankommt. Da muss man sich nicht immer runterbücken, sondern man hat hier die tolle Teleskopfunktion, um dann sich mal schön zu kratzen. Das ist fantastisch. 6,56 Euro, ihr TV-Sonderpreis für diese ausziehbare, ja, Hand Gottes, wie Vivi so schön gesagt hat, diese wunderschöne Knochenhand, um sich hier sehr, sehr schön auch mal ein bisschen zu kratzen oder zu kitzeln oder zu verwöhnen. Ist die nicht toll? Genau, ist die nicht toll? Also hier haben wir ganz stark nachgefragt mit der NC 39, 97 und der 569, wenn wir die zeigen. Das ist auch mal so ein witziges Geschenk, was man mit dazu machen kann. Und ich glaube, viele kennen das, dass es irgendwo hinten juckt am Rücken oder auch mal unten an den Beinen und dann kommt man da nicht so richtig hin, um da mal zu kratzen, um einem da mal dieses Kitzelgefühl, dieses Killergefühl irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ganz toll machst du das, Diana. Da kann man das ja aber schön mit diesem Teleskopgriff dann und dieser Knochenhand unter Kontrolle bringen. Ich finde es ganz toll. Wie gesagt, jeder kennt das, dass es im Rücken einfach mal irgendwo juckt oder vielleicht auch in dem Bereich, liebe Zuschauer, wo man einfach so schlecht rankommt. Ich meine, klar, gerade auch irgendwie mit der Beweglichkeit im Alter, dann juckt man der Fuß, da will man sie aber nicht verrenken. Puh, da kommt man auch außer Atem, denn hier einfach den Teleskopgriff schon mal an der Couch bereit liegen zu haben oder Schulter-Nacken-Bereich, bevor man anfängt. Und naja, tut es dann auch immer weh, machen Sie es besser auch nicht. Hier mit dieser Hand Gottes, liebe Zuschauer, klappt das gleich viel, viel besser. Kann man natürlich auch verwenden, um dann, wie gesagt, das Gegenüber zu massieren. Wir zeigen es nochmal an der lieben Diana, die liebt nämlich die Kopfmassage so sehr. Da kann ich jetzt auch sagen, oh Schatz, ja, was ist denn los? Hier so ein bisschen Kopfmassieren, das ist was ganz Feines. 6,56 Euro der TV-Sonderpreis mit der NC 39,97 und der 569. Auch die können Sie gleich bestellen. Ist halt so ein süßes kleines Zusatzgeschenk einfach oder auch mal so schön eingepackt und zu sagen, hier, wenn es dich mal wieder irgendwo juckt oder so, da ist was, was dir hilft. Ganz, ganz goldig einfach hier für Sie mit im Programm. Unser wunderschönes Shiatsu-Massagegerät. Unser Massagegerät für den Nacken- und Schulterbereich für 37,41 Euro. Das erfreut sich schon großer Beliebtheit. Also, wenn Sie möchten, dann jetzt bitte noch zum TV-Sonderpreis zugreifen. Das haben die Kollegen im Callcenter noch für Sie bereit, aber auch jetzt mittlerweile in begrenzter Stückzahl. Dann nenne ich Ihnen nochmal die Bestellnummer, die NX 3242 und die 569. Falls Sie gerade erst zugeschaltet haben, Sie können alle Produkte nochmal anschauen unter www.pearl.tv. Weil wir haben Ihnen in dieser Sendung die besten Geschenkideen rund um Entspannung und Wellness gezeigt. Und das sind Produkte, die auf jeden Fall noch vor Weihnachten zu Ihnen nach Hause kommen. Und was kann man Schöneres schenken? Als Entspannung, als Gesundheit, als Wellness. Das gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Deshalb greifen Sie hier zu. Wie gesagt, das Shiatsu-Massagegerät ist schon ganz stark nachgefragt. Sie können jetzt aber nochmal bei den Kollegen im Callcenter bestellen.